Es ist natürlich viel thematisiert worden in letzter Zeit, wo da schon eine oder andere Probephase durchlaufen. Wie gesagt, wenn es den Fußball ein Stück gerechter macht, sind wir, glaube ich, da offen für alles. Es gibt die eine oder andere Methode, wie man das umzusetzen hat. Ich glaube auch, dass es relativ schnell geregelt werden kann, verschiedene Situationen. Es gibt auch nur vier Möglichkeiten, das Spiel zu unterbrechen, wenn es wirklich entscheidende Situationen sind, sei es Tor oder Platzverweis. Wir als Mannschaft sind natürlich offen für so etwas. Wie gesagt, wenn es den Fußball oder den Ausgang eines Spiels gerechter macht, halte ich das für sinnvoll. Aber es darf natürlich nicht den Fluss eines Spiels stören. Für mich ist es auch das erste Mal und wie schon der Lars gesagt hat, ich glaube, man sollte dem Ganzen einfach offen gegenüber sein. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.